Boah, ich hätte ihm jetzt Bock auf das Hackfleischbrötchen. Oder ich esse nachher im Bett. Boah, du bist echt ne Sau, ey. Boah, das ist total geil. Mit der Hand, schön mit dem Laptop. Boah, GG ist das. Normalerweise mach ich schon mal Toast und Wurst. So, ich hab hier mal einen Link gemacht. Ach, du machst Wurst selber? Ich hab hier mal einen Link gemacht, dann kann ich mal roten. Wer jetzt gewinnt. Mit seinem Darm. Jetzt wissen wir, wer gewinnt. Peric. Peric gewinnt, ganz klar. Hey, wen muss ich denn top? Alter, der spielt Renekton. Willst du mich verarschen? Der Vote ist knapp, der Vote ist knapp. War auch so ein Leona, ist klar, wenn ich einmal gestunnt hätte, das war's. Alter, der hat einfach mal Renekton gepickt oben. Wieso nicht? Was hast du denn gedacht, was der pickt, Jinx? Ich dachte, der pickt auch irgendwas Trolliges. Ich bin der Einzige, der hier trollt. Wayne? Was ist da los? Wayne? Hier, Risky. Risky Blitzcrank. Kannst du jetzt klar das Stream ausmachen, den ganzen Tag? LOL! ARRI bewegt sich! Was? Das ist stark, oder? GG, Alter, hier! Guck mal, das Reuel Stop Bug! Kann mir was von passieren? Anzeigefehler! Die ARRI bewegt sich! Die ARRI bewegt sich! Alter, du flimmst! Oh, jetzt gemacht! Das ist der Aftar, ey! Das ist der Aftar, ey! Ey, wirklich! Das ist motherfucking GG! Oh, mein Gott! Ich hoffe, du hast Q gestartet, Max! Oh, shit! Yeah! The Thorns! Lol! Oh, danke! Vielen Dank! Vielen Dank! Oh, dieser Trank! Der schmeckt gut! Boom! What the fuck? Ich hab keinen Flash! GG, Mann! Ich hab keinen Flash! Vor allen Dingen, weil ich euch gedrückt hab die ganze Zeit auf Lee Sin! Ignite! Ich wollte ihn einfach smiten! Ich hab auch nicht Ignite versucht rauszukriegen auf Lee Sin, auch hab's nicht mehr geschafft! Ich hab' ja gespeiten! Ich hab' ja gestorben! So! Da hat das Taunt sich zu Beginn auf jeden Fall gelohnt! Huh? Ich glaub' ich nehm' noch nen Trank! Oh, du hast ja, du hast ja keinen Dings, ne? Jetzt keinen! Warum steht ihr ja alle rum? Wollt ihr nicht mal auf ein Lane? Ich wär' doch auf nen Trank! Na, wir chillen! Wir chillen, bisschen! Wir chillen, bisschen! Chill doch mal, Leute, entspalten doch mal! Wir können doch mal spielen! Du hast, du hast kein Q, ne? Krunt, kannst du mich, äh, hast du Charm oder Q? Q! Q! Kannst du ein bisschen Dämmig machen auf den? Bist du grad'n Apfel, Ewan? Ja, klar! Ewan! Du bist so eklig! Wir können auch einfach mal spielen ohne zu feeden! Äh, ich meine, mal feeden ohne zu spielen! Wir können einfach mal so feeden! Ja! Ewan feedet sich aber permanent selbst! So, das muss reichen! Ja, das muss reichen! Danke für das Smite-less-Red, Max! Scumbag Bro, ey! Jeder Apfel ist ein Smite! Mach doch einfach 4-Dungle-Route! Ich weiß ja, ne? Wer ja keinen Gang bekommt, ne? Ich bekomm keinen Gang! Doch, Max! Ich komm jetzt runter! Engage! Ich hab schon einen Gang! Engage! Du warst nicht da, Mann! Oh, das hat er mal gesehen, ey! Hast du gesehen? Ich hab' der Torne direkt! Willst du jetzt wieder, willst du wieder Renekton überraschen mit deinem Red-Bot-Q? Äh, E meine ich! Renekton, mach dich weg! Wer hat denn jetzt eigentlich alles geflasht von denen? Ich hab' geflasht! Keine Ahnung, ey! Ich hab' over 9000 Flashes gesehen! Bran, du hast auch geflasht, oder? Ich weiß, dass ich... Ich hab' geflasht! Ich hab' geflasht! Ich hab' auch... Okay, ich komm mit da! Ich komm, äh... Lee Sin kommt gleich hoch! Äh, Peric! Ich mach' keinen Counter-Gang! Pass auf! Okay? Peric! Ja, was soll ich machen? Peric! 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 Alter, dieser Renekton, Alter! Ist so ein Scheiß-Held, ey! Ah! Er gönnt mir auch gar nichts! Oh, Lee Sin ist hier! Ja, ich wollte... Ich hab' eigentlich nur einmal geqt schon, ich hab' nicht gedacht, dass die... Ich wollte nur q'en und dann sicher gehen, ob die eventuell kill... äh... stirbt! Und dann hab' ich das nicht mehr gemacht! Alter, wie viel Damage der macht! Ich hab' nicht mal das 2D Q aktiviert, äh... Peric! 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 Deberer Rav's Wolves zu dir! Ja, Ja, Wenn ich bis da noch lebe... Wenn ich bis jetzt noch lebe ist, ok. Es hat nämlich noch ihm mit Clubgesch widmet, glaube ich. Ja? Er kommt doch schon immer! Gast ist reingerannt, ey! Oh, du hast... Ist dein Schild noch am Start? Ja, ist noch am Start! Er form einfach ganz autorículos, ich bin gleich. Ich bin vertreibend. Meinst du? Ja, geht weg. Alter, die Minions machen mich gleich tot. Alter, die Minions usen mein Schild aus. BG. Es ist ganz schön bitter, dass sowas nicht gesteuert werden kann, weißt du? Bei Garen kann man das steuern. Also bei Garen wurdest du einfach deaktiviert, weißt du? Aber wobei du kannst dann auch deine Minions sterben. Wie Sinn ist hier? Alter, willst du mich verarschen? Überlebe. Ich überlebe einfach, Alter. Ich überlebe einfach. Ich glaube, ich hätte den Grab getroffen, dann hätte ich gestorben. GG. Alter, du überlebst. Ich wollte nur sagen, Flash zu mir oder so, dass ich es schilden kann. Nein, ich habe einfach mit 5 AP oder so überlebt. Übrigens, ich habe Schild Level 3, ja. Wir können da schon ein paar Mal safen. Ja, alles klar, Lissan. Warum pusht er meine Lane, Ivan? Pusht er gar nicht. Ich lasse dir nur. Der Rakes hat mehr Farmer als das. Kennst du das irgendwoher? Krunt. Ja, Krunt sagt auch, wenn Minion 1 HP hat und ich lasse dir den, sagt Krunt, wieso pusht du meine Lane? Naja, klar. Du musst nicht meine Lane hinbekommen. Hallo, das geht doch wohl gar nicht. Mit dieser Pusher 1 HP. Du darfst nicht mal daneben stehen, XP kriegen. Das muss ich auch. Die Aura push. Das ist meine XP. XP gepusht. Ich bin Level 6, ich bin OP. Also meine Ulti ist auf jeden Fall sehr useful. Ja, Ivan, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der Babysit ist top. Meinst du das Counter-Gank? Ja, ich weiß nicht. Ich hab noch keine Ahnung. Nee, warte, ich geh mal base. Ich hab 1,6. Ich komm gleich hoch. Er hat zwei Wards dabei, ne? Max kommst du klar? Nope. Kann halt nicht farmen, ne? Selbst wenn nicht, wär ich niemals gekommen. Ich weiß. Ich bin tot. Ich bin tot. Herzlich? Hast du noch deine Dings? Wie ein Pro. Lol, der hat geflasht. Warum? Warum Flash? Crazy. Voll sinnlos. Voll sinnlos. Einfach nur mit vollem Live weggeflasht. Freeze die lane. Vor dir weg? Ja, vor mir. Ich hab den in den Tower reingegrabt und er hat einfach weggeflasht. Aber der war noch nicht mal in Range vom Tower. Ist einfach weggeflasht. Na, Angst. Harry. Darf ich die XP saugen am Tower? Aber nicht pushen. Nicht, nein du pusht! Harry. Was ist der Harry? Oh, guck mal wie er pusht. Guck mal wie er pusht. Ich hab einfach meinen halben Apfel ausgespuckt, Alter. GG, Ivan. Die Pusses macht er hier. Aber pushen, ich sag. Mach's doch schön für International Feed, Junge. International push. Ich hab ein Blubuff. Die sind sehr gut. Ich glaub die machen Blubuff. Die machen Blubuff. Die machen Blubuff. Oh, Blubuff. Wow. Wer? Kann sein, dass Leona und Dings kommen. Top-Line hat's eigentlich... Good game. Äh... Komm, wir machen Blue-Buff. Rat nur, auf wen ich grad Ulti machen wollte. Nein, nicht auf Lee Sin, oder? Auf den Ion-D-Sin. Ich hab draufgeklickt. What the fuck, Alter? Ich wüsste nur, dass Ion-D-Sin ist. Top-Line hat keine Ulti mehr. Wir können auch Dragon machen, aber ich hab eigentlich nicht so viel... Denke nicht. Dive-Stil. Okay, ich setze Krunt, du müsstest jetzt eigentlich own wie Hölle. Wir sind noch back to the base. Sachsen, schnazeln. Muss Parry ein bisschen ins Spiel bringen. Ich wollt grad sagen, warum settest du immer die Leute, die keinen Troll-Pick haben, ey? Was ist da los? Ich hab nicht gesillert, ich wollte nur warnen, den Blue-Buff und... Ich wollte nur warnen und dann kam halt ein Double-Kälber raus. Ich hab einfach gewartet und die sind so instant gestorben. Vom Wort, vom Wort. Ich bin auf den Wort gegangen. Ich komm aber eigentlich klar um. Ich kann nicht so viel farben wie er unbedingt, aber... Ja, Krunt, wir sollten dann vielleicht mal Sneaky den Blue-Buff machen von denen. Auf Kommen wir. Wenn ich meinen Blue-Buff, wenn ich unseren kriegen könnte, wär auch geil, ne? Wenn wir den kriegen, kannst du den, kannst du den bekommen. Ja, ist cool. Bei mir hat er einfach mal Sneaky in die Pflanze gesetzt. Was denn? Kommst du? Na ja, gönn dir doch mal, gönn dir doch mal. Magst du als Ulti, ne? Ja. Ich geh jetzt auch gleich. Der Ivan, ey, der muss erst alles abchecken, bevor er reingeht, ey. Ich hab keinen Smite. Aber die sehen nicht, die kommt zu mir. Doch, Schnuppe. Bin interessiert. Ne, die hat gewartet. Sicher, dass die da gewartet haben? Vielleicht haben die auch einfach einen Strunt-Master-Q? Gut, gell? Sehr gut. Ja, du kannst den Water-Clean. Können ja. 30 Gold. Ja, ich geh jetzt nicht nochmal hin. Alter, wie viel Damage krieg ich eigentlich von den scheiß Minions, ey? Carric! Ja, komm. Push die Wave mit der Ulti oder so. Keine Ahnung, mega. So. Oh, da sitzt der Flash raus. Ähnlich, son. Kommst du? Immerhin. Alter, dieser scheiß Renekin, ey. Boah, ey. Echt bitter. Ah, mein. Das hat ja einen geilen Laufweg. Na, danke, Ivan. Boom. Einfach mit der Faust ins Gesicht gekloppt. Äh. Cran, push die Lane. Und kommst zu Red Buff. Da ist er, da ist er. Hier ist er. Hier ist er. Hier ist er. Hier ist er. Renekin ist da. Oh, Renekin ist da. Sorry. Wtf, Alter. Ähm. Ah, fuck. Renekin hat mich den. Ah, sorry. Ich hab' nicht gedacht, dass er Mitte geht. Warnie down. Flowsblatt oder was, Ivan? Ah, wow. Die Ulti wär' auch völlig nusslos von dir gewesen, Max. Hätt' ich doch nicht gemacht. Ich weiß, weil du's nicht gesehen hast. Ich hab' gesehen, dass da Stress ist, aber ich dachte, ja. Ich hab' nicht geguckt. Ey, warte mal. Ich komm' hier vom Farm. Ey, da pusht alle meine Wave, Alter. Ich hab' einfach mehr Farm als Peric. Ey. Ja, das ist auch kein Wiener. Come on, Alter. Das war doch kein Minion-Tags jetzt, oder? Oh, Mann, ey. Oh, kotzt mich das an, ey. Oh, Renekin ist absolut. Ich bin auch selbst schuld. Ich bin selbst schuld. Warum muss ich Troll picken? Warum kann ich nicht irgendwas Safes top spielen? Oh, hier hat einfach Dings hier. Ähm. Frozen Heart und GG. Max, wir tun die jetzt, okay? Max, wir tun die jetzt. Kein Flash. Okay. Fight, 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 fight. Kriegt ihr locker. Kriegt ihr doch locker einen, oder? Oh, die Ulti. Ey, guck mal, wie lange ich gestunt bin. Das ist brutal. Ich wollte abwarten und extra den Dings, den Stun. Alter, du wolltest jetzt nicht das Kanonmeni noch nehmen, oder? Ey, wieso? Alter, ich gebe hier schon jedem die Buffs, Alter. Ich laber mich nicht falsch. Ich bin der absolute Support-Jungler. Gib sogar einen Noob Toplaner-Buff und der gibt nach einer Sekunde ab, Alter. Fall. Es geht immer noch blablabla. Du bist so'n Scheißer, Ivan. Echt, ey. Irgendwann, ey. Irgendwann, ey. Irgendwann, ey. Irgendwann, ey. Irgendwann, ey. Irgendwann, ey. Komm mal, oder? Komm mal, oder? Einfach ganz gefiest. Boah, dieser Scheiß-Rennington, ey. Komm mal hoch. Ja, das wär cool. Der hat aber gewarded jetzt den River. Hm. Wenn du dein Passiv, dann... Ich hab Schild, äh, Level 5, also... Front-Ross-Hilfe. Ne, ne, oder? Blaze. Ja, natürlich, die da beide. Gehst du weg, Run? Carefully. Habe nicht gesehen, dass Schild gekommen ist. Was? Was? Das Schild war in 10 down. Das Schild war in 10 down. Das Schild war in 10 down. Wenn ich nicht gesehen hab, das Schild... Was für den Sound? Hat doch auch keinen Sound, ey. Die Lösung ist die Blue-Barriere. Riesige blaue Leuchtenweiler. Riesige blaue Leuchtenweiler. Okay, jetzt geht's los. Boah, in den Tower noch. Oh, in den Tower. Oh, das Q. Ja, tötet ihn. Falscht. Ja. Jawohl, danke. Kein Problem. Rundervor. Du musst aufpassen, da ist Zyra. Ja, ich hab auch versucht wegzukommen, aber ich hab auch noch keine Boots. Mein Max Team ist genauso schuld mit deinem Bruder, echt, ey. Die kommen beide aus einem Ei, ey. Unglaublich. Ivan kommt aus einem Apfel. Wo sind die Wards? Das ist Porta. Ja, stimmt ja. Ivan wurde hier gefunden irgendwo. Mit Ahne. Im Hinterhof. Max, du bist beim Abo-Game entstanden, Max. Oh, wenigstens war du nicht beim Abo-Game geboren. Während eines Abo-Games. Der Russo, ey. Eiskalt. Das sind wir alle. International Feed. International Feed, ja. Ich hab meinen Tower verbraucht. Du musst warten. Kommt der Haider auf den Screen. Saira ist auch mit. Ich glaub, die machen Dragon. Ich glaub, die Ghosten. W-w-warten. Kannst du machen Dragon? Könnt' man machen? Warte. Hast du einen Ward? Ja, einer muss ja hier wohnen. Warte mal ganz kurz. 48.000 Wards. Ich hab keine Items. Ich hab nur Wards gekauft. Alle Slots voller Wards. Ja. Red. So, wir hatten hier die Buffs. Wen können wir denn tilten? Die Sinn hat Red Buff. Willst du Red Buff haben, Crown? Oh, die kann man in der Mitte. Oh, die kann man in der Mitte. Die kommen alle in der Mitte. Draven sieht mich. Draven Ward. Draven? Draven Ward sieht... Draven Ward sieht... Das war doch ein Draven Ward, oder? So? Ich weiss nicht. Ja sicher. Verdammt die Lurian hat. Das ist neu. Piamat Blitzkrieg ist weg. Found doch einfach ganz normal. Wieso gehst du back? Ich hab Sunfire. Ich kann jetzt Varus töten alleine. Ich hab vor uns fast getötet. Machen Dragon, oder? Zum Dragon kann ich porten. Tele-Gank. Ich weiss nicht, was... Nein, die machen Dragon. Ich komme. Das wird... Link klar. Front push die Midway. So ich nach hinten? Ja, klar. Ja, dann... Bran ist doch da. Ulti, alles. Alter, Mann. Dieser Champion, ey. Boah, ich komme darauf nicht klar, ey. Boah, Gott, ey. Missed Cyra töten, Max. Wenn du taunt hast, geh ich nochmal rein. What the fuck, Alter. Gran hat überlebt, oder? International Feed. Ist keiner gestorben. Oder? Bleibt der Dragon bekommen, oder was? Die haben Dragon bekommen, oder was? Nee, haben gar nichts. Keiner. Hier ist der Sinn. Max, Max nicht Sinn. Komm mal her, komm mal her. Komm mal her. So, naja, aber... Ich glaube, der sieht dich auch. Wieso kommst du nicht einfach und tauntest? Naja, das... Weil ich deswegen das... Ja, aber das hätte auch so gereicht. Nee, ich hab dich tot gesehen mit der Ulti von ihm. Nee, der hat keine Ulti gehabt. Okay, ich hab mit der Ulti gerechnet. Naja, ich hab ein bisschen Gold gewartet. Du warst echt übel slow. Nee, ich hab... Ich hab komplett shilled. Level 5 shilled. Der hätte mich nicht gekillt. Der hat keine Ulti gehabt. Dann... Was ist da los? Der pusht wieder die Lane. Der pusht schon... Der pusht auch immer meine Lane. Eigentlich warum. Run, kommt Blubuff? Jo. Alles klar, International Feed. Können wir nicht so den neuen Spitznamen nennen, oder so? Das ist so lustig. Ich fand das so cool. Soll ich mich unbedingt nennen, oder? Irgendwie ernsthaft gemeint hat, oder? War das geilste. Ja, ja, ich hab's ja gesehen, die Videos. Das war sehr lustig. Weißt du Bescheid, Max? Ich hab's eben mehr davon. Dann müssen wir Ivan zum Ration bringen. Na, brauchen wir einfach im Team-Speak sein, wenn Ivan Solo-Q macht. GG. Bis jetzt liest ganz gut die Solo-Qs. Heute lief doch eigentlich auch ganz gut. Jetzt auf das eine Game, ne? Kauf, es ist ein Oracle. Ich kaufe ein Oracle. Im Herzen gewartet. Ja, okay. Lackert jemand, ob ich mein Schild weiter skalieren soll ich nicht. Alter, der Thorn hat den 36. Weil ich den Damage brauche. Ey. Ich hab den jetzt einfach mal Mist. Dieser Renekton. Ich glaub, die machen einen Dragon. Ich weiß nicht. Ich hab kein Wort, leider. Ne, machen sie nicht. Ich hab Oracle, ich komme. Der Renekton kommt. Puscht mal die Wails. Ich wusste schon wie ein Berserker. Einen verdammten Tower, Alter. Ja, was soll ich machen, Alter. Ich bin nur am Turm. Der Renekton macht mich voll tot. Was brauchst du eigentlich? Achso, Dings. Bau jetzt mal Tanki. Bau jetzt mal das... Baust noch Trinity und dann... ...baust das? Müssen alle Trinity holen, oder? Ich hab keine... Hier, Syrah. Alter, geh doch weg, ey. Der war so in 50 Sekunden wieder Ulti. Geh doch einfach weg, Renekton, Mann. Echt. Boah, ey. Dieser Typ, ey. Der stresst doch rum wie sonst was. Boah. Boah, Hilfe, Ivan. Der wird sonst Feet. Sag ich dir jetzt schon. Ich mein, ich hab genauso viel Farmen wie der. Das find ich schon... Das find ich schon mega lustig. Ist das Oracle? Ja, warte. Siehst du... Der hat ehemste Range, ja? Klasse Range. Man, der ist schon... Die sind gesungen da mal. Krass. Wir wollen ja international Feenen, Alter. Der Nekton kommt vom Railway jetzt clever runter. Naja, der kommt. Max, Max. Wo bist denn du? Achso, Max, push mal Bot jetzt die ganze Zeit. Machen die jetzt alle hier Arm, oder was? Das ist doch Ulti. Max hat Ulti. Na, ich schalte dich jetzt rein. Ich guck noch auf euch. Wollen international Feeding machen, ja? Ich glaube, die sind... Müssen doch langsam mal Drake machen. Arma machen wir. Arma machen wir. Wir müssen eigentlich ein Drake liefern, und anstatt ein Drake mal Turrets kriegen, oder so. Leona... Was ist mit Leona los? Na, ich komm mal zu euch. Ich komm mal zu euch. Vielleicht kann ich einen grabben. Ja, an deiner Stelle lieber Farmen. Ich hab doch 130 Farmen, was willst du bei mir? Achso, ja, okay. Stimmt. Du hast genau so viel gefahren wie der Renniken. Sogar mehr, ey. GG. Alter, push dann mit dem Wave. Na, 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 na. Das macht Dragon nochmal, ey. Komm, ich mach nur Rapper schnell. Boah, dieses Speedboost, ey. Miau. Max hinter dir. Wirklich? Ja, warte mal kurz. Wie oft waren das schon, wo ich das gesagt hab, und du hast nicht reagiert? Ja, das stimmt. Komm mal hier rüber. Aber trotzdem ist es beleidigend. Oh. Sei reportet, ja. Müssen wir auch safe machen. Ich merke, der kommt in die Ecke. Der Sinn kommt auch. Den, ja. Also Varus ist weg aus dem Fight. Ich hab mich zurückgezogen. Ich hab mich zurückgezogen. Alter Schwede. Nein, ich hab gerade auf dich draufgedrückt. Du hast noch Ulti im ganzen Kampf. GG. GG. Ich hab hier Dings, ich hab hier, ich hab gerade draufgedrückt, ich schwöre. Alter. Was war und das? Super leid. Ich hab Varus getötet. Ja, aber warte mal. Ich hab 310 Damage nur von Ignite bekommen von Renekton. Ja, der ist Level 13. Alter, OP. Okay. Ich hab mir auch so viel damage mitgebracht. Scheiße. Ich hab echt überlegt. Baitest du noch die Ulti raus, aber das Q war so schnell da. Tag, Junge. Ich hab Ulti. Achso, du hast Ulti. Du könnt engagieren. Max, wieso skillst du Ulti? Skill doch lieber Schild. Nee, Schild geht nicht wegen Damage. It's not enough damage. Einfach Krun, Ulti. Krun, Ulti oder mich. GG. Ja, nicht. Ich hab... Scheiße, ja. Den Fight hätt mal locker gewonnen. Na, ich weiß nicht. Ja, Krun war schon safe. Ich bin nur gestorben. Krun, Krun hätt ich wirklich retten müssen. Ja, Krun hättest du retten können. Retten müssen. Aber das Problem war einfach... Krun, du hast Leona bekommen, oder? Du weißt wo dein Kilo, oder? Ja, Leona hab ich bekommen. Wir haben Leona, Varus und Dragon. Ist eigentlich okay gewesen. Ja, aber er hätte viel besser laufen können. Wir haben nicht mal die Ulti benutzt, deswegen. Das meine ich ja. Na, Shen ist scheiße im Teamfight. Das ist kacke. Shen hat ne Fähigkeit weniger im Teamfight. Komm mal, Bot lane. Komm mal, Bot lane. Ich muss Top draus pushen. So, okay. Krun soll mal lieber ein bisschen aufpassen. Der Krun hat sich einfach kacken dreist. Die Major ist... Keine Warps. Kacken dreist, wie er ist, ey. Ah, ist kalt. Carry for the win. Renekner hat auch schon mega die Boss-Items, ey. Wollen wir den töten? Kann dir nicht jemand zu zweit hin damit rumgehen? Ja, Flash. Ja, Dive den, Dive den, ich kann mal. Oh, GG. Renekner kommt, Bot. Renekner kommt. Wir haben beide Sunfire. Wir haben beide verbrannt. Willst du die? Krun, komm mal her, Krun. Triple Taunt. Kommt der Renekner all in. What? Hau ab, Krun, hör ab. Wohin? Keine Ahnung, wir müssen ihn irgendwie outplayen. Komm zu mir. Komm zu mir. Nee, das ist Schwachsinn gewesen. Pass auf, dass hier nicht alle beide sterben jetzt. Der ist fett wie Hölle. Ich bin OM. Ja, das ist scheiße. Haut ab, haut ab. Vielleicht krieg ich den Top-Turret. Oh, ja. Das wär nice. Wir haben 1-2-3 getridded, alles safe. Ich hab vier Stacks jetzt. Super. Du hast Wages. GG. Komm zu Top ziehen. Blit-Push, Blit-Planck, OP. Lyra macht nix wie Sean von Magie-Assistenz, man. Ah. GG, Varus. GG. Der für Top, äh, Bot. War aber nice gespielt, da muss ich sagen, an dem Busch. Ich kann einfach alle drauf. Wir können aber noch ein bisschen mehr sprechen während des Kampfes, wegen Fokus, ne? Ich hab jetzt da immer den Schwächsten einmal rausgepickt. Ich kann ja keinen verteidigen. Wenn wir miteinander reden, ist der Fokus viel stärker. Auf jeden Fall. Was brauchen sie an den T-Ball? Was die wenn die Mitte pushen, Alter? Ja, mit denen, klar. Kann man nicht mehr laufen, okay. Max, Push-Bot. Run, pushst du? Noch eine Wave? Ich mach derweil Blue fertig. Jo. Eine Wave. Wenn du das schon schaffst, aus Club kommt... Ich kann auch keine Schein machen. Ja, kommt keiner. So, Max. Ja, mit auch Saira. Ja, die sind nicht alle. Ah, die kommen nie alleine. Das ist ein Austausch. So, das ist ja auch Saira AP. Ja, wir haben Freunde dabei. Good game, Max. Bitte pushen. Ja, Leona mit. Was war Leona mit? Ja, ich als Leona gesehen habe, hab ich festgestellt, alles klar, Saira AP. Aber cool, dass du entkommst. Ich bin tanky. Wie viel Damage macht der an Run, Alter? What the fuck? Ja, ich hab einfach meinen Burst raus. Hast du Ulti, Max? Boah, wie cool. 26 Sekunden. Cool down. Ich versuch zu deffen. Boah, Alter, der Tor, ey. Push weiter, Mitte. Okay, wir gehen rein. Ich hab kein Wort. Okay, es reicht. Ich hab's low. Komm. Ja, ich bin fast geil. What the fuck? Hey, Leona erstmal. Woll, wir ziehen einfach den Inhab, ey. Schade, wenn du dokumentest. Ja, wenn ich hier gegrabt hätte, dann wird die Snack. Hey, good game. Du musst, du musst top. Du hättest den gehabt, oder? Ich schaff's, ich schaff's nicht mehr bis dahin. Oh, danke, Maxi. Ey, geht mal back jetzt, geht mal back, Jungs. Mein Cooldown von meinen Taunt ist so gering. Sieben Sekunden auf höchste Stufe. Max, du kannst ein Red Bob Sneaky machen, oder so. Nee, gar nicht. Kommen jetzt alle wieder krass. Oh, der flasht einfach nicht so. DJ. Hä? Ja, der hat's voll ängstlich, ey. Der hat vorhin schon die ganze Zeit immer komisch geflasht. Der macht die ganze Zeit so komische Flashes, ne. Max, Max, push, lass, 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 push, stop. Push, stop, lass mich hier fahren. Wir haben einfach mal den Inhab gepusht. Trinity Force geht zurück. Oder so. Ne, Dings ist ja gepusht. John, bist du da? Nee, ich muss weg. Ja, lass, 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 Perry. Ich muss shoppen, ich muss shoppen und bin low. Push, bottom. Dragon, äh, komm. Dragon ist da. Ne, Max geht da schon top. Lass split pushen da. Nein, 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 Perry. Ich hab jetzt in 100 Sekunden Ulti und... In... 200 Sekunden. So weit, go. Dragon ist gone, glaub ich, jetzt. Baron ist vielleicht gone. Haben wir ein Wort? Ne, natürlich nicht. Ich glaub nicht, dass die Baron machen, ey. Ne, Dragon. Komm hier. Ja, ich versuch mal zu... Ne, Perry, lass, ich versuch mal zu queuen. Obwohl, Dings ist top. Wir machen keinen Dragon. Achso, okay. Dann push. Mach, mach, komm, komm. Komm, komm, komm. Leona? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Doch, doch, in 100 Sekunden. Fight it. Hey, die ist tot. Jetzt hau mal ab. Alter, Dickie. Ja, ich wollte die jetzt nur kicken, damit die nicht so lange kämpfen hier. Weil die anderen... Ich wollte keine CC abbekommen von Syrah. Wir sehen, wie viel Damage ich mache, Alter. Holy shit, ey. Hey, der zieh. Richtig unnormal. Tyranic, ne. Guck, der ist meins. Oh, OP taunt. Da wird jetzt kein Dragon bekommen. Deswegen. Oh, der Kick. Kommst du da noch ran? Ja, ich komm gleich auch. Ich hab auch slow. Ich hab Red Buffen slow. 40 Sekunden Ulti. Good job. Die Damage. Die Damage. Ich hab dafür aber keinen Dragon bekommen, ne? Ja, war nicht Warp. Ja, doch. War schon. Die Vos hab ich auch nicht bekommen. Keine Ahnung, woher. Du hast keinen Vos bekommen, oder was nicht Warp? Was? Wo ist denn der hin? Der ist hier oben geflasht, durch die Wand irgendwo hin. Oh, okay. Schade. Wurzeln cool. War aber gut gespielt. So, jetzt hab ich mein Item-Build fertig. Jetzt geh ich Tangy. Ich baue Frozen Heart, ja? Ja. Braucht doch keiner von euch bauen. Wurde auch keinen Stellen. Nee, Blitzcrank steht da sowieso geil. Wegen den Cooldowns und den Mana. Wenn da nur Armor dabei ist. Max, guck mal, wenn der Red Buff da ist, kannst du ihn noch klauen, oder? Ja. Kann mir den, kann mir den geben lieber. Ja, ich bin mir steht jetzt auch übelst gut. Beim Shen... Ja gut, Shen... Die kommen alle zu mir, die kommen alle zu mir. Die kommen alle zu mir, die kommen alle zu mir. Die können pushen. Ich muss auch mal Backup 3000. Lass mal Mitte killen, komm. Okay, schneid den Weg ab. Achso, Alter, was ist das für ein Burst? Ja, Alter, Schwede. Hier, 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 hier ist er. Marius. Er hat keinen Flash. Alter, dieser Damage. Dieser Damage, oder? Schön, die Force OP. Ach, guck mal. Die lassen mich sogar in die Base kommen. Der Nekton. Oh, Ronto, kommst du den Ding. Deine Energie. Alter, dieser Damage. Ey, was ist mit Blitzcrank Damage, Alter? Wird einfach zerstört auf der Lane und kommt hier auf die anderen Lanes und killt einfach alles. Alter, du hast... Alter, du hast... Das war... Das war ne Kombo einfach... Du grabst E-Ulti, der ist instant gestorben. Ich hab nix gemacht, ich hab nur ein E gemacht. Ja, das ist die Trinity Force. Trinity Force mit dem E skaliert einfach voll übel. Trinity Force OP. Das ist einfach... Sagen wir gleich nochmal Back. Du musst ja Doppelfist einfach. Du machst ja Doppelschaden. Ich hab null Mana und kann nix machen, Leute. Also... Naja, ich geh Back. Ja, genau. Red Buff habt ihr geklaut? Ne, ne? Ne. Der war nicht da. Der war nicht da. Der war nicht da. Ah, Körbischen. Der ist halt jetzt da. Tablet Inhibitor ist auch tot. Tot? Ich werde nie wieder aufkommen. Und alle tot. D-O-T. So, ich hab auch... Ich hab auch... Ich hab auch Trinity. Muss ich auch noch eine Trinity bauen? Viermal Trinity? Nicht bellen. Ja, wie dir... Wie krass das... Alter... Das ist jetzt ja... Doppelt das Total Attack Damage als Physical Damage. Ne, der macht nur seinen Grundstrand. Verdoppelt der nur. Ne. Total Attack Damage steht da. Okay. Okay. Wenn ich es eh mach auf dem Creeps, der... Mach ich über 600 Damage. 650. Barron? Okay, Barron. Ah, okay. Was sollst du als Sneaky Barron machen? Sneaky? Wir machen jetzt kein Sneaky Barron. Speed Boost. Ha, he-he. Ehm. Speed Boost. 400 Amor. khu-Heh-Hehh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh. Und dann haben wir kein Damage irgendwie. Also... naja, es geht. Wir brauchen das. Ah, Pfeff, puh- Das wird einfach gut. Ich meine Aberte mein Arbeit gemacht. Ich-Ich meine F***e Arbeit gemacht. Einfach-Schneaky- Oh, Sneaky. Smeidliches, Alter. Smeidliches. Smeidliches. Speedboost. Speedboost Blitzcrank. Hyperspeed. Hast gesmided. Dieser Shen. Lass mir auch noch was übrig. Oh, der Varus. Das ist einfach weg. Nein, ich wurde ignited. Das zählt nicht. Alter, ich kann nicht ein, zwei, das Key aktivieren, weil Blitz alle danach schon vorher tötet. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich bin AFK hier. Ich brauche nichts machen. Ich kann nur den hier machen. Shit. Hier, nimm dies, Schurke. Nimm dies. So shit. E. 830 Damage am Nexus, Alter. G-G. Victory. G-G. Der Varus ist einfach volle Leid. Shen ist einfach OP mit Trinity Force, ey. Na, jeder ist OP mit Trinity Force.